Am Samstag in einer Woche kommt die rechtsextreme NPD nach Weinheim zu ihrem Bundesparteitag. Zum dritten Mal in Folge beglücken die Rechten, und das muss man deutlich in Anführungszeichen sehen, die Zweiburgenstadt mit dieser Veranstaltung. Juristisch war die Partei nicht abzuwehren. Umso mehr regt sich jetzt der bürgerliche Widerstand. Ein buntes Weinheim will den Braunen begegnen. Eine Chronologie. April 2013. Weinheim kommt bundesweit in die Schlagzeilen. Zum ersten Mal wieder seit den 80er und 90er Jahren im Zusammenhang mit der rechtsextremen NPD. Die braune Partei hat sich im Gasthof zum Schwarzen Ochsen eingemietet. Bundesparteitag auf gut bürgerlich. Spontan demonstrieren die Weinheimer dagegen der Ursprung der bunten Bewegung. 2014 kommt die NPD unbeeindruckt vom Gegenwind in der Zweiburgenstadt zurück, klagt sich diesmal zum Bundesparteitag in die Stadthalle ein. Wieder gibt es Proteste und die Erkenntnis, dass der Widerstand gegen rechts gebündelt werden muss. Am 2. Dezember 2014 gründet sich das Bündnis Weinheim bleibt bund offiziell. Jetzt hat sich die NPD wieder in die Stadthalle eingebucht. Und stark wie nie will Weinheim wieder den Rechten entgegentreten mit einem Festival ganz in der Nähe der Stadthalle. Ja, wir machen ein großes Festival als Botschaft gegen den Parteitag der NPD mit allen Weinheimer Kulturtreibenden, allen Kulturschaffenden, die in einem großen Kulturzelt in Sichtweite zur Stadthalle auftreten werden, auf zwei Bühnen, zehn Stunden lang, nonstop. Als klare Botschaft, wir wollen diesen Parteitag und diese Partei und diese Politik hier nicht haben. Und es ist viel zusammengekommen, was diese Botschaft ausmacht. Viele kennen Ingrid Noll, Anke Helfrich, die berühmte Jazzpianistin, Dr. Woggle and the Radio. Großes Programm, Folkloregruppen, eine Band mit Menschen mit Handicaps, eine Flüchtlingskombo, Kirchenchöre. Alle tragen ihre Botschaft nach draußen. Weinheim ist bunt. Die B3 ist an diesem Tag gesperrt. Aber das Festival ist zu Fuß und durch öffentliche Verkehrsmittel gut erreichbar. Beispielsweise durch eine zusätzliche Bahn der Linie 5 ab Mannheim-Hauptbahnhof um 7.15 Uhr. Die Weinheimer und ihre Meinung zum NPD-Parteitag. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Also mich stehren sie nicht. Können sie es verbieten, ganz klar. Däffens zwar nicht, aber es ist nicht richtig, dass sie das machen können hier in Weinheim. Ich finde es schade, dass sie durchgekommen sind per Gerichtsbeschluss. Ja, finde ich schade. Und ich finde, man muss dagegen gehen. Wir brauchen eine richtige Partei. Gucken Sie mal den Kramladen an, was wir in Berlin haben. Das können wir voll vergessen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tja, Heiner Bernhard, der Oberbürgermeister der Stadt Weinheim. Aussagen wie die letzte sind im Moment eher selten in Weinheim. Oder wie ist da Ihre Wahrnehmung? Wir sind zum Glück sehr selten. Ich habe noch nie eine solche gehört selbst. Weinheim ist eine weltoffene Stadt mit hoher Integrationskraft. Das merkt man im Bildungsbereich, bei der Kultur, im Sport. Und das Bündnis Bundesweinheim hat das in den letzten Monaten eindrucksvoll immer wieder unter Beweis gestellt. Es wäre doch die einfachste Möglichkeit, die NPD aus der Stadt herauszuhalten. Ja, die Möglichkeit gewesen, die Stadthalle einfach nicht zu vermieten. Warum müssen Sie es trotzdem tun? Weil die NPD noch immer keine verbotene Partei ist. Und wenn Termine in der Stadthalle frei sind, und das waren sie letztes Jahr, dann letztlich leider. Und wenn die Räumlichkeiten, die von der NPD angemietet wurden, für solche Veranstaltungen auch gewidmet sind, dann müssen wir vermieten. Das hat uns der Staatsgerichtshof im letzten Jahr, im November 2014, eindrucksvoll nochmals bestätigt. Sie haben es eben selbst angedeutet. Sie hatten vorgegeben, dass die Stadthalle belegt sei zu den angefragten Terminen. Letztlich hat die NPD dann aber dagegen geklagt, Recht bekommen. Hat sich die Stadt zu naiv angestellt? Wir haben alles versucht, was in unserer Macht stand. Sie können aber gegen die geltende Rechtsordnung letztlich nicht taktieren. Wir sind froh, dass inzwischen sich dieses parteiübergreifende Bündnis in der Stadt gebildet hat. Das allen deutlich macht, dass wir solche Politik, solche rechtsradikale, menschenverachtende Politik in Weinheim weder haben noch brauchen können. Das werden wir am 21. und 22. November sehr deutlich demonstrieren. Gewaltfrei, mit Kultur, aber bestimmt. Was macht Weinheim für die NPD überhaupt so attraktiv? Sind das noch die alten Seilschaften von Günter Deckert oder sind das die neuen Vernetzungen von Herrn Geschke beispielsweise? Sie werden mir glauben, dass ich die Motivlage und die Beziehungen innerhalb der NPD nicht kenne, auch nicht kennen will. Da müssen Sie die Leute schon selbst fragen. Fest steht jedenfalls, dass wir hierzu keinen Beitrag geleistet haben, dass wir stets alles versucht haben, das zu verhindern und das auch in Zukunft machen werden. Es gibt Protest gegen die NPD, das ist klar. Da werden auch vermutlich linksextreme Gruppen dabei sein. Fürchten Sie Krawalle in der Stadt? Ich fürchte Krawalle in der Stadt, weil nicht jeder, der kommt, das absolute Bekenntnis zur Gewaltfreiheit bereit ist abzulegen. Die Polizei ist informiert und gerüstet. Ich gehe davon aus, dass die Polizei die Sache im Griff hat. Das hoffe ich sehr. Wir wollen jedenfalls gemeinsam mit sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern, parteiübergreifend, auch mit Kirchen, mit Schulen, mit dem Jugendgemeinderat, mit Stiftungen, mit Migrantenorganisationen, ein deutliches, friedliches, bestimmtes und kulturelles Bild zeichnen unserer Stadt, wie wir alle so sehr lieben, dass wir hoffen, in Zukunft auf diesen Spuk verzichten zu können. Schauen wir kurz auf das Bunte Festival. Da spielt unter anderem eine Gubbs Refugees Band mit. Da sind offensichtlich Flüchtlinge, die im ehemaligen Hotel leben. Was ist das für eine Formation? Ja, das ist eine der vielen Ehrenamtsinitiativen unserer Bürgerinnen und Bürger. Wir haben ja jetzt knapp 400 Flüchtlinge in Einrichtungen des Rhein-Neckar-Kreises, auch in diesem Hotel. Das waren die ersten, die zu uns kamen. Und der Weinheimer Musiker und Musiklehrer Jochen Pöhlert kümmert sich nicht nur um Musik, sondern auch um Flüchtlinge. Und hat da jetzt, das kann man wohl so sagen, diese Flüchtlingstruppe zusammen getrommelt. Die werden spielen am 21., sind da jetzt in heftiger Vorbereitung und werden an diesem Samstag bei dem 10-stündigen Kulturfest, wir haben es eben gehört, das erste Mal auftreten, also ihre Premiere geben. Herr Bernhard, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Und liebe Zuschauer, wenn Sie mehr über den 21. November in Weinheim wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen die Internetseite Weinheim-bleibt-bund.de. Dort finden Sie alle Informationen über das Bündnis und über das Festival.